Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich spreche jetzt gleich mit Heike von Lichtblick. Und Lichtblick kennt viele von euch wahrscheinlich als Ökostromanbieter. Aber Lichtblick macht noch viel mehr. Sie bauen auch Photovoltaikanlagen für Endkunden auf und bieten ein sehr interessantes Stromprodukt an. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail anschauen, nicht in die wir euch mit. Los geht's! Heike! Schön, dich kennenzulernen und schön, dass du die Zeit genommen hast. Ihr seid ja als Stromanbieter schon sehr, sehr lange unterwegs. 25 Jahre, soweit ich informiert bin. Und ich bringe euch jetzt gar nicht sofort mit Photovoltaikanlagen in Zusammenhang. Aber ihr macht da ja ganz viel. Kannst du dazu mal ein bisschen erzählen? Ja, sehr gerne. Ja, wir sind, wie du gesagt hast, mit Liberalisierung des Strommarchts als Ökostromanbieter vor 25 Jahren gestartet. Wir sind inzwischen aber ein vertikal integrierter Versorger. Das heißt, wir investieren in unsere eigenen Assets rund um Sonne, rund um Wind, um nachhaltigen Strom zu produzieren. Und das machen wir auch mit den Photovoltaikanlagen für unsere Endkunden. Und ein ganz wichtiger Punkt für uns ist auch dieses Thema digitale Vernetzung, um wirklich das Maximum rauszunehmen und in die Zukunft des Strommarkts zu schauen. Ich habe gerade schon gesagt, ihr seid zukunftsorientiert. Und das ist für ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer super interessant. Wie kann ich meine PV-Komponenten, Speicher, Rollbox etc. mit dynamischen Strompreisen verbieten? Bietet ihr das an, dynamische Strompreise? Ja, das ist definitiv eines der wichtigen Themen hier auch heute auf der Messe. Ja, wir bieten das auch an. Wir haben den sogenannten Dynamic Pro. Das ist ein dynamischer Stromtarif und der ist ein Teil unserer Strom-Wollet. Und warum wir das anbieten, ist, weil wir unseren Kunden nicht nur ermöglichen wollen, mit der Solaranlage den günstigsten Strom und den nachhaltigsten Strom selber zu produzieren, sondern, sagt man, auch diesen Reststrom. Also wenn das nicht ausreicht, möglichst günstig vom Markt zu beziehen und dann von den Schwankungen der Strompreise, also der Strombörse zu profitieren. Und bei uns ist das Teil dieses Strom-Wollets, das hat zum einen den dynamischen Stromtarif für den Reststrombezug, so günstig wie möglich. Und auf der anderen Seite hat das aber auch noch den Aspekt der Direktvermarktung. Das heißt, wenn ich mehr Strom produziere mit meiner Viertel-Teil-Anlage, als ich selber benötige, dann verkaufen wir den an der Strombörse zum Bestpreis und können dabei teilweise mehr erzielen als mit der EEG-Vergütung. Also habe ich dann als Nutzer eures Systems nicht die Standard-Einspeisevergütung, die ja aktuell nicht sonderlich attraktiv ist, sondern ihr habt eine dynamische Einspeisevergütung dann auch? Oder wie kann ich mir das vorstellen in der Wallet? Genau, es hängt immer ab von den Preisen, die es an der Börse gibt, wo die gerade stehen. Wir verkaufen zum Bestpreis. Auf der anderen Seite hast du aber auch eine Garantie. Das heißt, du fällst nie unter diese EEG-Vergütung, die hast du auf jeden Fall in der Tasche. Also die 8 Cent und ein bisschen, die kriegst du auf jeden Fall. Und du kannst aber auch, wenn der Strom es hergibt, einfach noch zusätzlich profitieren. Ja, jetzt finde ich es ganz interessant. Ich hatte ja mal einen Stromtarif, da hatte ich eine gewisse Freimenge an Strom. Das wurde dann sehr stark eingekürzt. Ist das bei euch so, dass ihr mit irgendwelchen Freimengen arbeitet oder habt ihr einfach wirklich den dynamischen Stromtarif und je nach Nutzung habe ich dann den günstigen Strom oder wenn ich halt mal zu einem ungünstigen Zeitpunkt beziehe, auch mal ein bisschen teureren Strom? Ja, du spielst was Wichtiges an. Es lohnt sich genau hinzugucken bei dynamischen Stromtarifen, was dahinter steckt. Und unser Stromtarif ist so aufgesetzt und das ganze Strom ist aufgesetzt, es ist unbegrenzt. Also es hat keine Mengenbegrenzung. Ist natürlich dann auch super attraktiv für Leute, die noch eine Wärmepunkte betreiben, die noch ihr Elektroauto laden, weil sie können von dieser Optimierung unbegrenzt profitieren. Ja, super. Und wenn ich loslegen möchte, eine PV-Anlage haben möchte, dann sind ja auch immer technische Fragen so interessant. Also einerseits, mit welchen Herstellern seid ihr kompatibel? Also angenommen, der Kunde hat schon eine Wallbox, wie kriege ich die integriert? Seid ihr da recht offen? Ist das möglich, da auch zum Beispiel eine Wallbox mit ins System reinzunehmen, wenn ich mich für Lichtblick entscheide? Also was du bei uns bekommst im Moment ist das Solarpaket. Das ist ein Komplettpaket. Also du hast nicht nur die Module auf dem Dach, sondern den passenden Speicher dazu. Wir können das auch erweitern in eine Wallbox und perspektivisch auch in eine Wärmepumpe und das, wie gesagt, kombinieren mit dem Stromwallet. Und damit bist du optimal aufgestellt. ISON, und ich glaube, da lernen wir nachher nochmal ein bisschen drüber, im Gespräch mit dem Sebastian, ist grundsätzlich eine Plattform, die Technologie offen baut. Also das ist die Intelligenz, die bei uns hinter dem Stromwallet steckt. Okay, du hast es gerade schon angesprochen, Sebastian und ISON. ISON, jetzt für die Zuschauer ganz kurz mal die abzuholen. Was hat das mit Lichtblick zu tun? Genau, ich habe es schon gesagt, unsere DNA liegt in der Nachhaltigkeit. Also wir sind Pioniere, was das Thema erneuerbare Energien geht. Und wir haben vor ein paar Jahren eine eigene Gesellschaft gegründet, ISON, die quasi unser virtuelles Kraftwerk sind und entwickeln. Und die entwickeln die künstliche Intelligenz, also die Optimierungslösung hinter dem Stromwallet. Weil der Trick bei dem Stromwallet ist, dass du nicht nur einfach irgendwie den Strom beziehst von der Strombörse, sondern da ist eine Intelligenz dahinter, die schaut auf Basis deines individuellen Nutzerverhaltens. Also wie viel Strom baust du, hast du ein Elektroauto oder nicht? Und der Prognose der Strompreise, wann ist eigentlich der optimale Zeitpunkt für dich, um Strom zu optimieren oder zu beziehen und somit am meisten zu fahren? Und das ist die Intelligenz, die ISON baut und auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und uns war es total wichtig als Lichtblick, das in-house zu machen, weil so eine Solaranlage ist ein langfristiges Investor. Also nicht nur heute und morgen, sondern ich investiere 20 Jahre oder länger. Und das Wichtige ist, da die Zukunftsfähigkeit zu halten. Also nicht nur die Hardware auf dem Dach zu haben, sondern eben diese digitale Vernetzung mit dem Strommarkt, um das Maximum rauszuhalten. Ja, und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht vorher. Also ISON ist eine 100% Tochter von Lichtblick. Also ihr seid jetzt nicht getrennt voneinander. Genau, ISON ist eine 100% Tochter von Lichtblick. Das, wie gesagt, entwickelt die Technologie dahinter, ist grundsätzlich aber als Plattform auch aufgestellt und verpariert. Heike, was mich interessieren würde, ist, für wen rechnet sich jetzt das Wallet am meisten? Also gibt es da Prognosen, sozusagen, für wen sich das besonders rechnet? Ja, grundsätzlich ist es spannend für alle Solaranlagenbesitzer, also alle, die sich unser Solarpaket anschaffen. Weil mit der Kombination mit dem Stromwallet können Sie bis zu 89% Ihrer Stromposten gegenüber klassischem Netzbezug einsparen. Okay, das ist natürlich ein Riesenbetrag. Der zweite Aspekt ist wirklich dieses Thema Zukunftsfähigkeit. Also egal, was auf dem Strommarkt passiert, und wir haben ja ein paar turbulente Zeiten hinter uns, man ist gerüstet, weil mit der Intelligenz von dem Stromwallet man einfach das Maximum aus dem Markt raus kann. Ich kann günstig einkaufen, ich bin nicht an 40 Cent Bezug gekoppelt, sondern ich kann von den günstigen Preisen profitieren. Du weißt das selber, teilweise sogar negativ. Und auf der anderen Seite habe ich eben diese Option, wenn die Preise steigen, dass ich eben meine Direktvermarktung das Maximal erwirtschaften kann. Das heißt, ich kaufe mir eine Zukunftsfähigkeit zu meiner Solaranlage dazu. Und besonders spannend ist es natürlich auch jetzt schon für, was ich vorhin gesagt habe, diese Viernutzer. Also wenn ich mein Elektroauto mit dazu nehme oder die Wärmepumpe und ich habe wirklich hohe Verbräuche von mir und unbegrenzt optimieren kann, ist das etwas, was sich sehr, sehr schnell auszeigt. Heike, ganz vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Und wenn ihr euch das jetzt schon interessiert, dann unterm Video findet ihr hilfreiche Links auch zu Lichtblick. Wir gehen jetzt rüber, sprechen mit Sebastian einmal hier noch ein bisschen mehr über das Ison und das Konzept dahinter auch, die Technik. Dann gucken wir uns noch ein bisschen die Komponenten an, zeigen euch, mit welchen Komponenten Lichtblick arbeitet. Und wir sprechen am Ende gleich auch noch mal. Also Heike, bis gleich. Bis gleich. Sebastian, jetzt gerade habe ich mit Heike gesprochen. Und erst mal schön, dich kennenzulernen. Und vielleicht ganz kurz für die Zuschauer. Wer bist du? Wir haben jetzt gerade gehört, Ison, ihr macht die Steuern hinter dem Ganzen oder das ganze Intelligente quasi dann auch für Lichtblick. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären? Ja, sehr gerne. Ich bin Sebastian Malo, also 20 Jahre in der Energiewirtschaft ungefähr und Geschäftsführer von Ison. Wir haben Ison vor einem Jahr gegründet, hatten wir unsere anderthalb Jahre, hatten wir unseren Go-to-Market. Und unser Produkt richtet sich sozusagen an den Hersteller. Und wir wollen dafür sorgen, dass die Endkunden, die sich letztendlich PV, Batterie, Wallboxen und Wärmepumpen installieren in ihre Haushalte, am Energiemarkt partizipieren können. Ja, also das ist sozusagen auch der Mehrwert als Kunde. Also ihr liefert quasi die intelligente Steuerung, um am Strommarkt teilzunehmen, um Wallboxen einzubinden, um Wärmepumpen, also Sektorenkoppelung, vernünftig zu betreiben. Ja, ganz genau. Also die Ambitionen von der Bundesregierung sind ja auch riesengroß. Wir wollen die Erneuerbaren extrem ausbauen. Das sind jetzt nochmal 80 Prozent bis 2030 Erneuerbare hinzu. Und das sind natürlich auch Haushalte, spielen eine riesengroße Rolle. Und damit das Ganze funktioniert, sorgen wir halt dafür, dass die Dezentralität quasi auch in den Haushalten vorhanden ist. Und das passiert im Prinzip durch eine Integration der Hardware auf der einen Seite. Davon wollen die Kunden natürlich im ersten Anlauf gar nichts wissen, sondern wir wollen letztendlich nicht nur, dass ihre Technik richtig funktioniert und dass das am Ende auch zum Beispiel auf einer App visualisiert werden kann und interagiert werden kann mit dem Produkt. Und schlussendlich, dass dann auch auf der Energierechnung Einsparungen zu sehen sind. Ja, das heißt als Kunde bekomme ich jetzt erstmal gar nicht groß was von euch mit, aber ich nutze euch. Ganz genau. Also man bekommt als Haushalt sozusagen überhaupt nichts von uns mit. Und das richtet sich im Prinzip nur an die Installateure, an die Hersteller. Mit denen kooperieren wir und bieten dann ein Produkt an, was die Kunden dann sozusagen erfahren, ja, letztendlich in einer App. Und dann wird letztendlich visualisiert, hey, was macht meine PV-Anlage gerade, was machen die Energiepreise morgen. Und wir sorgen dafür, dass die Anlage intern Zähler, also diese PV-Batterie, Wärmepumpe und Warbox, je nachdem, welche Installation gerade vorliegt, dass diese Installation sich so verhält, wie der Preis am Energiemarkt erst am sinnvollsten hält. Ja, okay. Und seid ihr da offen für Hersteller? Weil das ist immer was, was ganz, ganz viel interessiert. Ich hatte das gerade schon mal kurz angesprochen. Wenn ich schon eine Wallbox habe oder ich habe schon eine Wärmepumpe, dann baue ich mir jetzt nicht eine neue ein, nur um kompatibel zu sein mit meinen neuen Geräten. Das heißt, ich habe natürlich ein Interesse daran, dass die Geräte integriert werden können. Seid ihr da offen für so eine Integration? Also die Hardware, die ich gerade angesprochen habe, die konnektivieren wir, jeden Hersteller und auch alle Protokolle, die man am Markt finden kann. Wir sorgen dafür, dass das Produkt schon die Hardware beinhaltet, die dann auch integriert ist und die auch zuverlässig läuft. Wir haben das mit Lichtblick gemacht, von Anfang bis Ende. Das heißt, Endkunden kaufen sich letztendlich die Hardware und erfahren dann sozusagen die vollständige Integration. Ich finde ja Nutzerfreundlichkeit wirklich immer sehr, sehr wichtig. Keiner hat Lust rauszugehen, ins Carport und das Auto einzustecken, um dann irgendwie möglichst günstig zu laden. Läuft das bei euch vollautomatisch oder muss ich was machen? Du musst im Prinzip gar nichts machen. Die Prosumer-Haushalte erfahren sozusagen die Integration mehr oder weniger auf der App. Und die Steuerung, die wir dann machen als ISON, davon erfährt der Prosumer gar nichts. Das passiert letztendlich auf Viertelstundenwerten im Energiemarkt und kein Prosumer, kein Haushalt hat den Energiemarkt jeden Tag im Blick. Das heißt, das übernehmen kommt jetzt wir. Und alles, was letztendlich dann der Prosumer sieht, die Haushalte ist eine Energieabrechnung, die günstiger ist als vorher. Okay. Und ich habe gerade schon gehört, mit Heike im Gespräch, 89% Einsparung im Vergleich zu einem Haushalt ohne diese Optimierung und ohne dynamische Tarife. Das ist ja eine Menge. Kommt das einfach durch die Nutzung der Stromtarife, der dynamischen Stromtarife zustande oder in Kombination mit der Photovoltaikangehe? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich beides. Du musst dir vorstellen, wenn du von einem Fixpreistarif kommst und dann in einen dynamischen Tarif wechselst, da machst du schon ganz viel. Das heißt, da bist du schon günstiger als vorher zu diesem sehr hohen fixen Tarif. Und jetzt musst du dir vorstellen, du belädst deine Batterie immer dann, wenn die Marktpreise extrem vorteilhaft sind und steuerst deine Anlage auch noch ebenfalls in diese Richtung. Dann kommt zusätzlich im Nutzen und dann kannst du in einem dynamischen Tarif nochmal weiter profitieren. Okay, super. Danke für die Erklärung. Und ich bin mir sicher, dass Alex, der kann uns da jetzt gleich noch ein bisschen mehr erklären zu den Produkten, denn das ist auch nochmal ganz interessant für die Zuschauer, welche Batterien nutzt Lichtblick da, welche bindet ihr damit ein? Und das wollen wir uns jetzt nochmal genau anschauen und da gehen wir jetzt zu Enphase. Super. Cool. Alex, schön dich hinzulernen und du bist bei Lichtblick verantwortlich für die Produkte. Und deswegen stehen wir jetzt hier bei Enphase, denn ihr arbeitet sehr eng mit Enphase zusammen, richtig? Ja, genau. Wir haben eine sehr gute und lange Partnerschaft schon mit Enphase und sind da auch sehr, sehr glücklich. Ja, lass uns da doch bitte mal ein bisschen auf die Produkte einbringen, weil das interessiert die Zuschauer und Zuschauerinnen immer sehr. Wenn ich mich mit einer Photovoltaikanlage auseinandersetze, du hast ja ein bisschen mehr Holzzeige dazu. Und warum arbeitet ihr mit Enphase zusammen und welche Komponenten verbaut ihr da? Ja, also zum einen arbeiten wir mit Enphase. Ich glaube, das ist so dieses Hauptprodukt, sieht man hier die Mikrowechselrichter. Das ist einfach ein sehr innovatives Produkt, was jedes Modul einzeln optimieren kann. Also nicht mehr wie bei einem String-System, eine Anlage, also alle Module werden auf ein oder zwei Strings verteilt, sondern jedes Modul kann einzeln optimiert werden. Man braucht auch keine Optimizer mehr. Es ist vor allem gut bei Verschattung oder nicht optimalen Dachflächen oder Ausrichtungen. Also das finden wir halt sehr, sehr gut, weil wir da die Produkte maßgeschneidert für unsere Kunden zusammenstellen können. Und was auch noch raussteht, ist die lange Produktgarantie. Also Standard-Wechselrichter sind ja acht bis zehn Jahre und Enphase bietet hier 25 Jahre Garantie auf die Wechselrichter. Okay, das ist eine ganz schön lange Zeit. Garantie können wir direkt mal rüberschwenken zum Speicher. Welche Garantie gibt es da? Beim Speicher haben wir auch ausnahmere herausragende Garantiezeiten. Das war auch ein Grund, weshalb wir uns für Enphase entschieden haben. Das sind eben 15 Jahre, was auch für den Speicher sehr, sehr lange ist oder 6.000 Zyklen. Also je nachdem, was früher erreicht wird. Und genau, das war wirklich so interessant, weshalb wir gesagt haben, Enphase ist ein sehr, sehr guter Partner. Und zum Thema Speicher finde ich es für die Kunden immer ganz, ganz interessant. Ist das möglich, den zu erweitern? Also kann ich klein anfangen und dann erweitern? Ist das mit Enphase möglich? Ja, absolut. Also bei der aktuellen Speichergeneration haben wir 3,5 Kilowattstunden Kapazität pro Modul und das kann man bis auf 42 Kilowattstunden hoch bauen, wenn man möchte. Das ist jederzeit nachträglich erweiterbar. Okay, und welche Leistung hat der Speicher dann? Also ist das für viele Kunden auch ein Thema? Elektromobilität, Wärmepumpen einbinden und vor allen Dingen halt den Haushaltsstrom abdecken. Das sind ja die langen Lasten quasi. Ja. Welche Leistung hat der Speicher? 1,28 Volt Ampere. Ja. Aber dann pro Modul, ne? Genau, genau. Und wenn ich das skaliere, dann habe ich dann dementsprechend mehr Leistung. Ja, genau. Ja, okay. Und hier sind ja jetzt schon neue Produkte ausgestellt. Die haben wir schon kurz gerade drüber gesprochen. Die sind jetzt aktuell noch nicht bei euch im Portfolio, aber sobald die verfügbar sind, kriegen die Kunden dann auch bei euch den neuen. Ja, ganz genau. Da warten wir auch schon 70 drauf. Also die neue Batteriegeneration von Enphase ist noch nicht am deutschen Markt verfügbar. Deswegen gibt es sie auch für unsere Kunden noch nicht. Aber sobald die dann ausgerollt wird von Enphase und die wird hier heute auch schon gezeigt, dann bringen wir die auch in unser Portfolio. Und was da nochmal besonders ist, ist, dass die auch dann eine Notstromfähigkeit mitbringt. Also Ersatzstrom auf drei Phasen zu werden. Ja. Super interessant. Für alle, die mich auch schon gefragt haben, da habt ihr jetzt eine Antwort. Ja, Enphase bietet auch bald eine Notstromfähigkeit. Also dreiphasig seid ihr da abgesichert dann, ne? Okay. Ja. Ihr nutzt ja Enphase, den Speicher, die Mikrowechselrichter und aber auch das Energiemanagement in gewisser Weise nur, ne? Weil ihr habt ja ein eigenes Energiemanagement. Ja, genau. Also der Kunde bekommt bei uns halt nochmal wirklich so die Lichtblick-Spezialität. Ja. Also über unseren Partner Ison, der sozusagen die virtuelle Cloud-Hems-Integration in die Cloud macht. Die gehen hier auf das lokale Hems von Enphase, den IQ Energy Router. Ja. Und das ist sozusagen unsere Schnittstelle in das Enphase-System. Und das ermöglicht uns dann einmal den Kunden halt, die Daten in der App zu zeigen, also jederzeit die Transparenz zu haben. Aber auf der anderen Seite auch die Stromwolle zu integrieren. Also das heißt, wir schicken dann über Ison hier die Optimierungsbefehle rein und optimieren dann das lokale System nach den Strompreisen und holen so nochmal zusätzliche Ersparnisse für die Kunden. Jetzt finde ich es von der Nutzerfreundlichkeit ganz interessant. Habe ich jetzt zwei Apps, einmal die Enphase-App und einmal Euro oder nutze ich einfach nur eine App? Also das ist dem Kunden überlassen. Ich denke, das ist kein Widerspruch. Wenn ich jetzt in die Lichtblick-App gehe, dann habe ich eher so den Überblick über das ganze System. Das ist auch ein Stück weit noch offener. Wir integrieren zum Beispiel auch Wallboxen über den OCPP-Standard und sind halt komplett offen. Okay, das ist interessant, weil das heißt, wenn ich eine Wallbox habe, die einen OCPP-Standard hat, kann ich die integrieren einfach. Ganz genau. Aber wie gesagt, bei uns ist der Fokus schon viel stärker auf das Thema Energie als Lichtblick. Das ist unsere Expertise. Wenn jetzt die Kunden einen absoluten Deep Dive in das PV-System haben wollen, dann können sie parallel auch die Enphase-App nutzen und können da wirklich nochmal viel, viel tiefer in die einzelnen Module und die einzelnen Verbräuche reingehen. Okay. Aber was ich rausgehört habe, ist, dass, wenn ich als Kunde sehen möchte, den kompletten Überblick über meine Energieerzeugung, Netzbezug, die Nutzung der dynamischen Tarifen von euch, dann gucke ich in eure Lichtblick-App rein und habe da alles gebündelt. Genau. Das ist der erste Einstiegspunkt und da hat man alle Informationen an einer Stelle. Okay, Alex, super. Vielen Dank für den Einblick hier in das System, was ihr nutzt bei Lichtblick. Und eine ganz kurze Frage habe ich noch. Gibt es einen Ausblick, weitere Integrationen, andere Partner noch? Ja, also wie man auch, glaube ich, in den Medien schon gesehen hat, integrieren wir ja gerade auch über ISON SMA. Das ist allerdings erstmal für die Strom-Wallet, also nicht die Hardware. Wir setzen schon hauptsächlich auf Enphase als Partner, aber wir sind auch nicht absolut exklusiv. Es ist viel Bewegung im Markt. Ganz genau. Okay, super. Vielen Dank. Und dann wechsle ich jetzt nochmal zu Heike rüber und wir sprechen nochmal kurz zusammenfassend über das Wallet und das Lichtblick-System. Vielen Dank, Alex. Super, danke dir. Okay, jetzt haben wir ganz viel gelernt über die Technik dahinter mit ISON, über die Einbindung der Geräte von Enphase, die ihr nutzt. Und mich würde interessieren, und das ist super spannend auch für die Zuschauer immer, wie ist denn jetzt der Weg, wenn ich mich für Lichtblick entscheide? Weil ihr habt ja euren Hauptstandort in Hamburg. Und wenn jetzt jemand aus, sagen wir, Nordrhein-Westfalen sich für Lichtblick interessiert, muss er ja nicht über Hamburg gehen. Oder wie läuft das bei euch? Nee, genau. Also wir sind offen für jeden aus Deutschland. Und der Weg ist immer so, dass man auf unserer Online-Birkungsstrecke anfängt, also Lichtblick slash Solar. Und klickt sich da durch den Online-Funnel und kommt dann in einen individuellen Beratungstermin mit unseren PV-Beratern. Uns ist immer wirklich wichtig, jede Anlage ist individuell konfiguriert. Das heißt, wir schauen auf dein Haus, auf deine Ausrichtung, auf deinen Verbrauch und optimieren die Anlage so, dass du die maximale Ersparnis hast. Ja. Uns ist auch wichtig, wir schauen uns das Ganze vor dem Verkauf vor Ort an. Also da kommt jemand bei dir vorbei. Das ist ein großes Invest für dich und dann wollen wir uns das Haus eben auch anschauen. Und dann der letzte Schritt ist die Installation. Da haben wir uns bewusst für eigene regionale Solateure entschieden. Das heißt, wenn du jetzt aus Köln kommst, da haben wir da unser Kölner Team. Und das hat den großen Vorteil, dass die natürlich die Gegebenheiten dort kennen und tatsächlich auch, wenn nochmal was dann dran sein sollte an deiner Anlage innerhalb von 20 Jahren, was in der Regel nicht der Fall ist, aber es ist ja lange Zeit, sind die einfach um die Ecke vor Ort greifbar. Und das ist das Komplettpaket, dieser Rundum-Service, den wir auch beziehungsweise anbieten wollen. Ja, weil du es gerade ansprichst, Rundum-Service, also ihr bietet dann halt auch Anmeldungen beim Netzbetreiber, Marktstamm, Datenregister, Registrierung etc. alles mit an? Genau, es ist alles bei uns mit drin. Und auch da lohnt es sich immer genau reinzugucken, auch wenn es um das Thema Preis geht. Also unser Paket ist ein Gesamtangebot, rundum sorglos. Es ist auch ein Festpreisangebot, was du bekommst. Also sobald wir das finale Angebot legen und vor Ort dein Haus angeschaut haben, ist das ein Festpreis, da ändert sich nichts. Und du zahlst auch erst die Anlage, wenn sie bei dir auf dem Dach ist. Okay, das ist nochmal ein super wichtiger Hinweis oder ein wichtiges Thema einfach, Zahlungsmodalitäten, sage ich immer wieder bei Angebot und prüfen. Das ist sehr fair, wenn es auf dem Dach ist, wenn es läuft, wird bezahlt. Genau. Okay, super. Ja Leute, einen Link findet ihr auf jeden Fall hier unter dem Video und schaut es euch super gerne an, wenn euch das interessiert. Und Heike, vielen, vielen Dank für deine Zeit und eine erfolgreiche Messe weitergehen. Ja, ebenso.